Die Top 6 Antitranspirantin für den Körper Ich habe den Green Door Deo Stick Freshen Green 50 Gramm ausprobiert und bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Der frische Duft hält lange an und das Deodorant wirkt sicher den ganzen Tag über. Besonders positiv finde ich, dass der Stick ohne Aluminium hergestellt wird und damit natürlich und vegan ist. Auch die plastikfreie Verpackung ist ein weiterer Pluspunkt. Der Deo Stick eignet sich sowohl für Männer als auch für Frauen und ist somit Unisex. Insgesamt kann ich den Green Door Deo Stick uneingeschränkt weiterempfehlen. Ich habe das AHC-sensitive Antitranspirant von JV Cosmetics ausprobiert und bin beeindruckt von der Wirkung. Ich leide oft unter übermäßigem Schwitzen an empfindlichen Hautregionen und das Antitranspirant hat meine Probleme vollständig gelöst. Es hält den Schweiß den ganzen Tag lang in Schach und ist sehr sanft zur Haut. Der Duft ist angenehm und nicht aufdringlich. Die 50ml Flasche ist zudem handlich und passt in jede Handtasche. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Produkt und werde es auf jeden Fall wieder kaufen. Ich benutze den Sweatstop Aloe Vera Forte Körperspray seit einigen Wochen und bin sehr zufrieden damit. Der Spray hat einen angenehmen Duft und hält den Schweißgeruch den ganzen Tag lang fern. Zudem fühlt sich meine Haut nach der Anwendung weich und gepflegt an, dank der enthaltenen Aloe Vera. Der 100ml Behälter ist handlich und kann überall hin mitgenommen werden. Ich empfehle den Sweatstop Aloe Vera Forte Körperspray auf jeden Fall weiter. Ich habe das Syneo 5 Soft Antitranspirant Pumpspray ohne Alkohol ausprobiert und bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Das Deo ist sehr effektiv gegen starkes Schwitzen und hält den ganzen Tag über frisch. Außerdem trocknet es schnell und hinterlässt keine lästigen Rückstände auf der Kleidung. Der angenehme Duft ist unaufdringlich und nicht zu künstlich. Ein weiterer Pluspunkt ist die handliche Größe des Sprays, das man problemlos in der Handtasche mitnehmen kann. Fazit Ich kann das Syneo 5 Soft Antitranspirant Pumpspray ohne Alkohol jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem wirksamen Deo gegen starkes Schwitzen ist. Ich bin sehr zufrieden mit dem Syneo 5 Antitranspirant Rollern. Das Antischweiß Deo wirkt super effektiv gegen starkes Schwitzen und hält den ganzen Tag lang. Der Deo-Roller lässt sich einfach und sauber auftragen und hat einen angenehmen, dezenten Duft. Auch meine sensible Haut verträgt das Produkt sehr gut und neigt nicht zu Reizungen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ebenfalls top, da das Produkt lange hält. Ich werde es definitiv wieder kaufen und empfehle es jedem weiter, der nach einem zuverlässigen Antitranspirant sucht. Ich benutze das Nivea Dry Comfort Deo Creme seit einiger Zeit und bin sehr zufrieden damit. Es bietet den ganzen Tag lang einen zuverlässigen Schutz gegen Schweiß und Geruch. Die Cremeformel lässt sich leicht auftragen und zieht schnell ein, ohne Rückstände zu hinterlassen. Der Duft ist angenehm dezent und stört nicht bei der Verwendung von anderen Parfüms. Ich kann dieses Antitranspirant für jeden Tag empfehlen, da es auch bei sportlichen Aktivitäten gut funktioniert. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.